Oh, stimmt, da nicht. Aha, ok. Ich bin du, sagst du. Wo ist auch? Bist du bei dem Bogen jetzt schon weit? Nein, mein Rados ist bei 8. Das ist jetzt 30, das kommt gut, da läst ich an. Huh. Ja, das sind meine auch, aber Rados habe ich schon am höchsten gemacht. Die Männer trainieren kurz. Äh, wer ist das gerade? Wo du Tomaten so viel brauchst? Ich weiß nicht, was normale Menschen direkt hat, dass man sieht, ja. Und die höchste ist natürlich die Michone, weil die habe ich mir, was alle 5 Stunden da... Ui, Blinger zugemacht. Ähm, was alle 5 Stunden an der Seite läuft, habe ich mir die Michone für einen Euro geholt, weil einen Euro kann ich nichts sagen. Die ist schon auf Level 20. Wie, ja, hast du gelöst? So, bist du, bist du auf Facebook, äh, angemeldet? Wenn ich auf Facebook oder was anderes angemeldet habe, passt die Twitter oder so, ist es ja weg. Ja, ich muss erst mal schiifern. Es ist ja weg, wenn du da bist, dann sprichst du da und verteidigst. Ich sag, es sei nicht, dass du da bist. Aber, wie, es gibt es noch nicht so. O, ich bin so, ist das. Das stimmt. Das ist ja auch gleich reingehen, das ist ja auch gleich reingehen, ja. Ja. Hau rein, ja, ja. Irgendwann ist mir so cool, warte, da muss ich lachen, das weiß ich nicht. Warte, das ging ja zu Martina, ja. Lali Lali. Das Spiel spielt ja auch gerade nur wegen Lali Lali Trophäe, ja. Ja, man löst es an den Coinen, aber Philipp ist noch drei. Allauders kaufen, 5000 Punkte habe ich gerade gemacht, 10.000 Punkte, was noch? Ja. Und da, ja, die ersten vier Rennen da gewinnt. Bronze, bin ich gerade Zweiter geworden in der Bronze-Liga. Dann muss ich Silber-Liga noch machen, Gold-Liga, Platon-Liga und Platin-Liga. Wenn ich so rumspiele, habe ich dann Platin. Und dann habe ich vier, fünf Stunden, da habe ich vier schon Spaß gehabt. Und eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn ich heute noch brauche, spiele ich dann mit dem Lali Lali. Ich will keinen hier Lali Lali fahren. Es ist, ohnehin, so 90% warst du auch da, so halbwegs, obwohl ich aber keinen Platz mehr habe. Letztes Jahr, wo die Mutter da auch da war, gezeigt, dass du mit mir gebraucht bist. Ich habe aber keinen Platz, ich habe noch 16 GB. Und die Arbeit gibt uns, äh, Alfred, ja, keinen Guckrechte, ich spiele, 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 unwitzig. Ich bin der erste, komm, hör zu. Ich bin der erste und noch 700m, das ist jetzt sie. 500m. und dann kommt die wieder alles ab und die campers oder schon mal ein treff von einem fußbahn muss man überlegen erstmal machen wir jetzt hier ein update fürs auto der ist mein schaler, mein schaler ja irgendwas mit schliegel gedöhntes ding da habe ich euch die mutter pappeln hören zwei minuten, zwei minuten bevor du da rein bist puh, eins dreh kostet das so wärmiger jetzt, muss ich jetzt nochmal fahren oh 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 ich hab's noch einmal abgedatet ja auch gut oh 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 Meine Fresse, die Frodo betritt ich wieder im Rad, ich möchte wieder zurück durch die Gegend. Da ist es. Ich möchte wieder zurück, ich möchte wieder zurück, ich möchte wieder zurück, ich möchte wieder zurück und möchte wieder zurück durch die direkte dieasschule. Ich weiß nicht, ob das gesetzmäßig Pflicht ist, aber mein Vater hat das, da kann mein Vater noch Nachtzuschlag dazu, oh Jesus, da war es ja nur plötzlich keine, was früher ja noch gut war, da waren es dann keine 16 Mark, sondern gleich mal eben 35 oder 40 Mark, also heute so gesehen 20 Euro, was auf die Stunde. Und wie war der Nachtzuschlag ja schon abends um 8 reingefallen? Ja toll, das geht nur einmal, ja hau mir ab, ihr dacht, das kriege ich tausend? Ja, yes. Ja, scheiß dich, wann, dann mache ich da ja miese. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt stehe ich kurz auf und auf die Tür. Hörste? Ich höre es ja in meinem Headset. Bisschen, bisschen. Bisschen, äh, ja. Ist da wo ich hocke. Ja. Leider ist Thomas noch nicht begegnen. Der Thomas hat mal in der Runde rum geschnappert. Der vorgestern hat so eine wütende Treppe untergetackert, legt mich doch alle am Arsch, ich bin nur ein scheiß Nachbar, ich verhurt und bla bla bla. Ich kann auch die Tür abbatschen, so lange wie ich will und so die scheiß Tür erklammert. Muss man es nicht batschen, deswegen muss man es auch 5, 6, 7 umeinander zu klatschen. Das ist allerdings normal, das batschst du nicht. Ich bin jetzt in der, in der Woche bin ich da schon mal wieder doof, da war es dann vielleicht 5 Minuten am Tag. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, wenn sich alles nicht anbildet, ist hier die Kinder oder den Hund, den ich sitze noch, das ist ein Geräusch der Geige. Dann lenke ich das halt, dann ziehe ich das halt in den Scheiß Schiebe. Das hat ja jetzt auch gerade oben mit der Tür aufgemacht, weil die wissen, dass ihre Kinder sonst wohlhalten und bla bla bla. Also im Hintergrund bei Paul dabei ist ein kleiner Bruder mit Sex rum. Aber noch das Kind ist auch noch da, das ist auch bei Paul das Zimmer drin, von deiner Schwester. Auf der Seite kommt kein... Normalerweise gibt es kein Mann, der bei ihr drin ist. Ja, ich kann sie verziehen, aber in der Party, oh, ist auf der Treppe noch, auf der Treppe noch. Ja, sieh ich schon. Ich kann ihnen auch auf der Seite, wer wo, wann, wo die reingeht. Oh, sie schlauft. Nicht los spielen, durch decken, hören, ja. Oder WhatsApp-Nasichten. Und dann, äh, hier wo wir, äh, äh, guck grad Fernsehen, Herr Till, hörst du, weil die voll oben bollert, hörst, äh, hörst, äh, hörst du, wie es auch übrige, äh, das ist mir, äh, so 8, äh, 9, äh, 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 coolzeiten, glotz. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, jetzt bockst du ihn ja auch nur, wenn ich das gemüse. ein paar bleib rein das ist Ostern ja Okay. Das ist wieder vorgekackt, damit ich mich ... Das ist schon mal groß, sehe ich. Dann hast du reingepappelt und kriegst vielleicht die Antwort jetzt. Ich hab immer noch keine Antwort, warum ich abhalte. Ansonsten ist mir wurscht, wann der jetzt morgen kommt. Ich weiß immer noch nichts. Wenn ich nichts weiß, dann ist es nicht angemeldet. Also leg mir den Arsch, ich spiel. Interessiert mich nicht. Ich bin nicht von eh. Was heißt Zucker? Hältst du Mehl? Hältst du das? Hältst du das? Hältst du mir Geld übrig? Hältst du mir Zigarette? Hältst du mir Hülsen? Hältst du mir Fehlschläge? Hältst du mir Fehl übrig? Hältst du mir noch ein Schuss, einfach nicht. Weil ich so gesehen werde. So gesehen, wenn ich nicht lai die Bündel ausgült wie Hausholksschlechter, Vier Betreuer. Hältst du mir noch auf den Sack. Bist du mir gefällt? Da ist Rezips übrig Ja, die 30 Packen Chips, die muss noch bis Montag reichen Nee, ich hab nix Oh, du zahlst schon voll auf dem Packen Dann kannst du ja mal hin In die Stadt betteln, da kriegst du was Ja, so schwitzt die, ist eine Schnuppe Wahnsinn Ja, da hätt ich ja nix Das ist auch ein Tanksteck, da laufe mehr rum Ja, bei mir unten auf jeden Fall rückziehe Weil sonst da nahe gehen Auf jeden Fall drei Wochen Ja, da hätt ich ja Selbst die Spiele Alter, Mann Sieh doch nicht aus welchen Fünf wo alles nebeneinander Da spüren wir schon auf den Freiglager Ja, das Box ist wieder ein Und verdammt, das hat das Spiel auch gewonnen Das ist ja Das meint sich bei einem Auto Du darfst nicht, ob du alles abschiebst Du musst aber auf jeden Fall nicht herfahren Alles aus welchen Ja Bei den letzten Videos darf man Oh ja, jetzt bin ich in die Kraft Sonst wär ich weitergekommen Hab ich mir den Rekord geknackt 6700 und 7000 Meter war besetzt Mal ein weitestes Ralf sieht, dass wir 6 Euro holen Ich glaub, dass er da eine Distanz nahe Wenn er irgendwann bei seinem Rekord ein Foto macht Das kann's Ich krieg ihn auch nicht mehr Äh Erneut versuchen Ja 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 Ist eigentlich Maul zu lahmarschig Obwohl erst mal meine Dinge essen Auf dem Mikrofon Ja, rugezack dahin Mit zwei Dosen Kann ich nichts kaufen Ja Doch Stimmt Da 1.6 Dass es sich besser kontrollieren lässt Das geht Das geht Das geht Vielen Dank.